Ich habe einen wunderschönen Gebäude, ich glaube, ich kann euch das sehen, aber das sind die Freude. In diesem Fall, das ist auch die Freude, ich fette, man muss für die Arbeit. Wir haben einen Lips nicht gehabt. Wir haben einen Kaptur-Augrattung gefangen. Wasser durch unser Seventer. Zauberwasser. Wir haben einen Kaptur-Augrattung. Jetzt ist es im Seventer, die ich noch so konkret habe. Ah, einfach so gut. Das ist das Beugnis übrigens. Das wird später noch wichtig sein. Ich habe keine Ahnung, was das ausspricht auf Englisch. Das ist mein Städtchen. Und wir können hier noch einige von den Krypto-Programmen finden. Inhalte. Das wird hier wieder berührt. Das wird auch noch ein bisschen complicado sein. Das wird also gut. So. Scherz. Es ist ein Bliebster. Aber ich habe einen Bliebster. Ja, wir haben schon ein Problem. Die ersten, die da hier rutschen wollen. Komisches Viech. Ich glaube, das war schon mal ganz gut. Das war's für jeden Fall. Das ist kein Schaden. Okay, ne die Wammachtwerbe ist auch kein Schaden. Okay. 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 Okay! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020